campus city wo wir waren wieder zurück zur aufnahme dann bin ich als spiegel gehauen und da war dann bin ich gestorben irgendwie irgendwie kleiner bug egal weiter geht's ich bin in ich bin in camps blind am hinterwarten das ist das wo wir wo wir und links mal bewacht haben wo man dann direkt mal rein der campus city bin ich da wo wir eben waren ja ich bin auf der anderen seite muss ich nur gucken wie ich da jetzt hinkomme wo wir waren vielleicht liegt da ja noch unser zeug ich bin ich bin noch am nebengewinnen ich habe doch alles aufgesammelt ach so was am haus war aber du bist jetzt mit alpha zusammen ja ne ich bin hier ganz alleine in der stadt ich weiß nicht wo alpha hingelaufen ist ich bin wenn du wenn da wo wir gerade war noch links weg da ist so ein kleiner wald und ich habe nur sie gefunden dann nimm alles mit so ich habe mir mein brille auf das jetzt sogar mit 20 schuss gut wenn ich bin jetzt gleich bei dir dann sag aber bitte bescheid wenn du mich siehst also kämpfe das wo ich bin ist da wo wir die vier spieler beobachtet haben nur ich habe ich bin wo oben wo wir beide oben lagen crazy und Prozent ich bin über um unten kürz nicht praktisch zu kämpfen für die hochlautschen neuen kuram einfach wo es ist wo es ist normal mal kurz stehen und spring mal bitte aber es ist kurz ich muss kurz war da war da war da ich glaube du bist das ist ja noch sound da mal gerade aus der liege hinten ah ich seh dich ja ich hab auch einen Rollstreet dabei cool ich hab nicht hochgelände ja dann versuche ich ganz weit außen rum zu laufen um zu dir zu kommen jo mach das dann warten wir hier auf den Rest oder wir holen sie ab ja ich lauf schon Richtung Campus City also Bandy ist auch gleich hier wie er sagt ich noch nicht bei mir dauert es noch ein bisschen weil ich da unten abgesetzt wurde bei Mountain Quest eigentlich jetzt alles abgeben weil ich nehme nicht gleich wegschmutz das ist das Problem gerade bei mir du meinst offline oder was ja was musst du ich muss nämlich gleich offline das ist das Problem jetzt bei mir mein Vater gerade reinkam und gesagt hat dass ich jetzt ausmachen soll äh so äh äh nicht so präger das Problem jetzt bei mir sollt ja gerade sagen scheiße der hat ein real life aber wenn er ausmachen muss ist das was anderes äh 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 ich bin schon bei devils Dingsbums 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 Hau um Dingsbums 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 diesem Musst du mir sagen wo du bist? Ähm, warte mal. Wenn du die Karte aufmachst, bin ich unten drunter links von der Straße in dem Waldstück. Ähm, ich hab auch noch ein Medium. Jo, dann läuft ich hier einmal am Campus zu dir rum. Hast du gehört? Ja, aber mach langsam. Was hast du? Ich hab auch noch ein Medium hoch, der hat 35 Kilo. Ja, den hab ich selber. Ich auch. Na wartet einfach. Ich, 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 ich bin doch gleich da. Wartet, ich komm auch. Ja, ich hab jetzt jedenfalls alles dahin gelegt, solange wie es nicht wegpackt. Ich hab jetzt alles genommen, außer die zwei Hüte. Wieso gibst du denn alles ab? Hm? Weil der weg muss. Ja, und das nächste hab ich's auch noch. Ja. Wenn der vielleicht jetzt weitermacht, keine Ahnung. Die Uzi kannst du eigentlich, ich weiß nicht, die kannst du eigentlich behalten fürs nächste Mal. Ja. Oder du gibst dir halt Bundy, wenn du willst. Und der gleich da ist. Ja, ich kann ihnen meinen Hammer geben. Ich bin jetzt bei der, bei der doofen Brücke, die da, also bei der Straße, die da hochführt. Die, was dann so eine Kurve oben macht. Bei den Hochhäusern. Wo seid denn ihr? Wir sind, äh, von der Brücke, müsst ihr einfach nur links weg. Wo die, die, wo die Steinwand ist, ja. Oder Felsen. Felsenwand. Und da liegen wir hinter der Ecke. Also ich bin auch gleich in Campus City. Ich seh schon die Stadt. Ich seh schon die Hochhäuser. Also ich bin jetzt, äh, rechts von, da, also bei dem U von, von Campus. Ah, okay. Oh, hier kommen Zombies. Also ich bin hier, oh. Ja, ich bin, ich hab mir schon die Hüte. Hör Musik. Alfa, ich bin beim U von Campus City. Beim U. Ach du Scheiße, du bist ja mittendrin. Ne, wir sind unter der Stadt links von der dicken Straße, die da durchführt. Dann bin ich ja, warte mal, dicke Straße. Dicke, du meinst unter. Ach, da unten, unter. Ne, ihr rennt jetzt um Campus City rum, um da hinzukommen. Ja, wenn mir anders geht's halt. Also ihr seid auf der dicken Straße, da komm ich mal zu euch gerannt, weil sie ist ja hier. Äh, bitte nicht gerannt. Sonst haben wir wieder das selbe Problem wie eben. Ich bin ja noch hier auf dem Berg. Ja, dann muss ich jetzt auch. Alles klar. Ja. Dein Schuss. Dein Schuss. Bis zum nächsten Mal. Jo. Gute Nacht. Jo, hör mal hin. Also ich bin jetzt, ja zwischen Campus City, also rechts zwischen Campus City und so'n Berg. Also ich müsste bald da sein. Ich seh hier, hier, Funkstation. Oder sowas. Nein, da hast du noch ein Stück vor dir. Nö, so weit ist das nicht mehr. User disconnected from your channel. Ja. Ich bin jetzt fast vor der dicken Straße. Ich seh schon die Brücke, die da am Bogen macht, die seh ich schon. Versuch mal, euch mal ein bisschen entgegen zu kommen. Eifer, ich bin gleich da. Ja, dann dürften wir uns gleich sehen. Ja. Ja. Keine Ponik schieben. Das bist du hier wahrscheinlich schon. Ja, das bin ich. Gut. Das liegt jetzt hier hinten noch was? Oder hast du alles mitgenommen? Da liegen noch zwei Hüter. Ähm, du musst mal deine Taschenlampe am besten in dein Inventar packen, weil die ist noch an. Obwohl du sie dann nicht in der Hand hast, das ist ein Bug. Was liegt denn da auf einem Hut? Ja, so ein Cowboyhut hier. Aber ich kann den Hammer. Ich geb den kleinen Hammer und so. Nein, ich hab den. Das ist der Bandit. Da kommt hier das drin. Mein Hüterhut. Mein Hüterhut. Mein Hüterhut. Mein Hüterhut. Ich hab hier nur Kälzen vor mir. Ich hab hier nur Zombies vor mir. Versuchen wir jetzt hier irgendwie runterzukommen von dem scheiß Felsen. Ich glaub ich häng hier fest jetzt. Ich seh zwar die Straße, aber ich bin auf einem riesen Felsen drauf. Da hab ich grad ein Problem. Welche Straße? Die Brücke oder was? Also ich seh grad den Aufgang zur Brücke. Seh ich schon lange. Die Auffahrt. Da bin ich jetzt genau da vor. Da isser, wie komm ich denn jetzt wieder hier? Da isser los. Also ich bin jetzt bei der Brücke. Wo bist du? Ja, wir wissen's. Langsam. Alter Schwede. Was denn? Ich will raus aus dem scheiß Lager. Für mich kann ich wahrscheinlich zumpen sein. Aber ich verhalte mich jetzt auch grad ein bisschen doof. So, bin ich jetzt vor. Alter, ich... Ey. Alpha, Bunny, wo seid ihr? Ist immer noch da. Äh, die Hauptstraße die in die Stadt reinführt. Da ist so ein rotes Schild. Da steht drauf go back. Äh, und neben der Straße liegen wir. Äh, ich hab ein Problem. Ich glaub ich muss sterben. Ich häng auf dem Felsen und komm nicht mehr zurück. Ich bin jetzt bei der Hauptstraße. Also bei der Brücke. Die in die Stadt führt. Ja, du musst links jetzt. Nach links gehen. Ich glaub ich hab dich grad gesehen sogar. Ja, ich hab nur grad gesehen. Ich komm nicht weiter. Ich häng fest. Ich muss sterben. Ach so, crazy. Dein Rucksack ist doch nicht weggebrackt. Den hat Bunny gerade gefunden. Nee. Müsst ihr euch einschen jetzt. Das ist keiner. So, und wo seid ihr hier? Moment. Du musst doch über die Straße drüber. Jetzt bin ich mal ganz kurz. Weil ich hab jetzt die ganze Zeit gerade konzentriert. Wo seid ihr jetzt, he? Ihr seid drüben bei Mountain Crest Devils Pass und sowas. Eww. Also treffen wir uns auf deutsch gesagt bei der Hill Ranch. Ich lauf jetzt so da hinten von dem Lager aus. Ja, ich kann nicht. Ich häng auf dem Felsenfest. Wo kann ich zurück? Wieder durch den Tunnel durch. Und wo bist du denn jetzt? Ich bin genau auf der Hauptstraße. Ja. Ich... Na, läufst du die Straße weiter, oder? Ja. Na, dann lauf mal wieder zurück. Dann müsstest du mich sehen. Ich seh hier nicht. Ach doch, da seh ich dich. Na, siehste. Ey, was... Ey, was ist denn das für ein Kack? So... Ich muss sterben. Geht nicht anders. Soll ich dir einen Hut geben? Nicht, dass du dir einen Kopf verbrennst. Ja, und der unten Hammer. Ich muss sterben. Geht nicht. Ich... Ich häng hier auf dem Felsenfest. Unter mir ist... Ewa, was? Hast du die selben Klamotten an wie ich? Nee. Hehehe. Komm mal. Hast du mich zu mir? Hast du mir jeden jetzt schon, oder? Nee, ich hab doch nix. Kann ja nicht mal irgendwie... Kann ja nicht mal irgendwie... Äh, crazy helfen oder so. Kann ja nicht? Ja, na... Wir wissen ja nicht, wo er ist. Ja, hab ich doch schon gesagt. Oder nicht. Ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin ja auch mal trotzdem Deiko. Ach da. Boah. Ich bin praktisch auf der fetten Straße. Nur halt auf dem Felsen. Na, dann lock dich doch einfach nochmal aus und lock dich nochmal ein. Dann komm ich doch trotzdem wieder hier raus. Na, vielleicht kommst du dann irgendwo daneben ein Stück. Oder... halt jedenfalls... so, dass du halt... nicht im Felsen bist. Ja, ich bin ja nicht... Ich bin ja auf dem Felsen, aber ich komm hier nicht hoch. Der ist zu steil für den Herrn. So. Ich bin jetzt hier oben. Unterlaufen konnte, aber hoch kann er nicht laufen. Klasse. So, wo... Und wo ist Bundy und Alpha jetzt hier hin? Bin jetzt hier, weil er ist mit. Und was ist, wenn du runter gehst? Bleib mal kurz stehen. Äh... Wenn ich runter... Wenn ich runter... Wenn ich runter... Gehe, ähm... Da geht's ungefähr 20 Meter nach unten. So, wer hat jetzt Hammer und wer hat jetzt Mütze für mich? So, ich hab jetzt zwei Hammer regelegt. Na, dann springen. Ehhh... Ehhh... Ich springe, dann bin ich tot. Naja, dann bist du nicht dran. Vorsicht. I drücken... Und dann hau ich den Hammer einfach da für die Lampe rennen. So. Das ist mein Hammer. Ich hab jetzt zwei hier. Reg dich nicht so auf. Okay. Ja, der andere wird ein Rumpel. Ich hab schon wieder... Ich hab doch einen Hammer. So, ich hab einen Hammer. So. Ich hab immer noch zwei Stück, wenn dann noch jemand einen braucht. Jo, ich... Ich hab doch grad zwei hingelegt. Ne, ich hab immer noch mehr. Ne, den hab ich ja hier. Ja, Odin hat sich alles gekrallt. Boah, Alter, ein Durcheinander. Warte, ich... Drop item. So, hab ich gelegt. Das coole ist, wenn man das... Ja. Das coole ist, wenn man das nicht sieht, was ihr da macht, kann man das überhaupt nicht nachvollziehen, was ihr da labert. Oh, ich hab ja ne Mütze auf. Wie komm ich denn an die Mütze ran? Das ist meine. Das ist meine Mütze. Das ist meine Mütze. Das ist meine Mütze. Oh, Entschuldigung. Ey! Tschüss. Ja, Alter, der klopft ja mir den Hammer auf den Kopf. Ich krieg den. Ich wollt grad testen mit den Kloppen und du läufst an mir vorbei. Das Bild hättet ihr grad sehen sollen. Ich hab den leider nicht gesehen. Alter, das hätte ich doch mal in die andere Richtung gedreht. Welches Bild denn? Jetzt hab ich wegen dir nur noch... ...fass der Hälfte. Ja, Udin. Ich! Ich bin mal in den Hammer setzen! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Udin, tu mir mal einen Gefallen und schrei nicht so. Ich, ich teste auch gleich mal meinen Hammer. Ich bin nämlich genau hinter dir. Udin, tu mir mal einen Gefallen und schrei nicht so. Ah, so geil. Ich hab ein Problem. Server 74 gibt's nicht mehr. Ist weg. Was? Gibt's nicht? Klar. 72, 73, 75. Warte, da gibt's mal bei dir einen Favoriten. Nee, da steht nicht mehr drin. Da musst du nochmal Dings machen, nochmal den Server neu suchen oder so. Ich bin doch drauf. Natürlich gibt's den noch. Jetzt gibt's ihn wieder. Ich bin immer noch hinter dir. 38 von... Der ist voll. Jetzt hab ich A-Karte. Der Server ist voll. Da kommen wir wieder hoch. Ja, ich dachte, hier unser Aussichtspunkt. Hier ist schöne Aussicht. Regen mal hoch. Crazy, du musst einfach nur ein paar Mal Connect drücken. Irgendwann klappt's. Ne, der ist aber voll. Andere Richtung. Andere Richtung. Oh, andere Richtung. Wir laufen mal den Alpha hinterher. Achso. Ich hab euch ja nicht gesehen. Achso, da sind wir. Der ist voll. Der ist voll. 40 von 40. Du kannst uns hier ansehen, wenn du vorne wegrennst. Da kann ich bis Weihnachten connecten. 40 von 40. Der ist pumpevoll. Irgendwann fliegt der eh nach raus. Ja, warte, warte, warte. Ich teste mal kurz meinen Hammer an Odin und dann kann ich... Nein. Weckle. Ich kann nicht dafür. Ich wollt den Hammer testen und du willst ihn aufhören, oder wird dich nicht gelaufen. Das kennt doch vergessen. Ich komm nicht mit. Die ist pumpevoll. No. Das ist doch selber wechseln, wa? Nee, ich bin hier ganz grad mal... Ich bin doch nicht immer so... Probier einfach mal weiter. Bei mir sind jetzt 38 Spieler drauf. Es müssen noch zweier Platz sein. Das ist ja. Sobald das über 35 ist, kommst du ja nicht mehr rein. Quitsch. Das ist... Also ich hab grade... Ich hab grade gesehen, spawns gehen hier ganz schnell. Also leveln meinst du jetzt, oder was? Nee, wieder spawn... Also spawns... Spawns... Also respawn. Nee, äh... Wenn du was weg tust von dem... Wenn du was einsammelst, dann spawnt dort ganz schnell wieder was. Also wenn du jetzt eine Flasche Wasser einsammelst, spawnt dort auch dann... Oh, was ist denn hier? Hier ist eine Straße. Ist da irgendwas? Oh Gott. Ich würd irgendwann mal was einsammeln hier. Ich brauch hier... Ich würd hier... Ich würd hier... Ich würd hier mitspielen können. Ich kann aber nicht. Ich hab jetzt in der... Ich hab jetzt in der... Endlich n Hammer, du Problem. Ich würd hier n Hammer testen. 37, warum geht denn das mit? Hast du doch schon getestet. An nem Zombie. Ja... Ja... Ich brauch doch mal was zu essen, glaub ich. Keine Ahnung. Auch geil. Ich hab den Server Favoriten gemacht. Den zeigt er mir gar nicht an. Doch. Hier drüben ist der Tunnel. Da können wir... Da kannst du den Hammer testen. Da können wir auch Sachen für euch finden. Welches? Aber wir holen erst... Wir holen erst von Onkel. Ja, der Tunnel, wo wir durchgelaufen sind. Ja, da geh ich grad hin. Gut, dann treiben wir uns mal. Ich komm trotzdem nicht rein. Ich greif hier bloß grad vier Zombies an. Das ist mein Problem. Ich hock hier immer noch in der Lobby rum. Ja, Moment. Ich greif grad vier Zombies an. Dann können wir alle weiter rumjammern. Hey, warum bist denn du tätowiert? So. Oh. So. Ach, hier bist du... Amst du, Odin? Ja, warte. Mach mir grad... Kippsche. Okay, dann geh ich wohl noch mal zurück. Nee, Schokolade nicht. Hätte ich bloß dir aber auch noch ein Rad gehört. Lock dich doch aus und lock dich wieder ein. Ja, war wohl nix. Brauchst du dir ne Zigarre oder was? So. Ja. Moment. Du musst erst nach Kuba fahren, dann muss ich da hin. Nee, der Tabak ist halt nicht feucht, dann stoppt sich so ein bisschen scheiße. Ja. 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 Du musst immer ein bisschen auflassen. Lass uns fix unten beim Reststop treffen. Und dann suchen wir uns halt mal schnell einen anderen Server mit weniger Spielern. Ja, weil der wechselt hier immer zwischen 38, 39, 40, aber reinkommen tust du trotzdem nicht. Ja, und wenn wir dann zum anderen Server gehen, sind wir dann trotzdem noch schon zusammengegangen, oder? Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Das haben wir alle... Da kann man eigentlich doch jetzt schnell das machen, oder? Ja, ich hab jetzt auf jeden Fall. Wenn du das Spiel komplett verlässt, dann ist der da wieder respawnt, wo du letztes Mal... Warum passiert denn nichts? Ja.